hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns gemeinsam an wie du eine tabelle aus einer datenbank mit hilfe einer sql abfrage nach microsoft excel laden kannst bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissenstransfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los manchmal kommt es leider vor dass man daten auswerten oder mit anderen daten vergleichen muss dies aber nicht direkt auf der datenbank also nicht direkt per sql abfragen machen kann sondern in microsoft excel das kann viele verschiedene gründe haben und in diesem video stelle ich deshalb zwei gängige varianten vor es gibt natürlich noch sehr viel mehr möglichkeiten aber für den einstieg sollte es erstmal reichen wie ihr seht habe ich nun microsoft excel geöffnet und möchte euch nun jene tabelle zeigen welche ich nun nach microsoft excel laden werde dazu wechsle ich in die datenbank und habe darin die adventure works datenbank welche nun viele verschiedene tabellen beinhaltet in meinem fall möchte ich die kunden tabelle nach microsoft excel laden ein rechtsklick darauf erhalte ich nun die entsprechende sql abfrage und zwar erhalte ich damit die ersten 1000 einträge dieser tabelle ich entferne nun diese einschränkung damit ich nun alle datensätze zu dieser tabelle erhalte ihr seht möchte ich nun diesen gesamten dateninhalt nach microsoft excel laden ich stelle nun die variante 1 vor und zwar kann ich das laden in microsoft excel in dem bereich daten daten abrufen und anschließend das symbol daten abrufen darin befindet sich aus datenbank mit dem symbol aus sql server datenbank ich klicke auf diese rubrik und erhalte nun ein abfrage fenster darin muss ich nun den entsprechenden datenbank server angeben in meinem fall liegt es direkt auf meinen rechner deshalb verwende ich localhost anschließend kann ich mit ok eine verbindung auf diese auf diesen datenbank server aufbauen und sehe nun dass es darin nun die entsprechende datenbank adventure works 2019 vorhanden ist und mit den entsprechenden tabellen und anderen datenbank objekten wie eingangs erwähnt möchte ich nun aus dem bereich sales die entsprechenden kontendaten dieser befindet sich hier und erhalte nun bei selektion eine entsprechende voransicht nachdem ich das nun für in ordnung finde bestätigt ich das mit laden und es werden die daten entsprechend nach microsoft excel geladen ihr seht finden sich nun die entsprechenden daten aus dieser tabelle in microsoft excel das ist möglichkeit eins nun komme ich zur möglichkeit zwei und zwar kann ich diese tabelle auch mittels einer sql abfrage abfragen dazu wechsel ich in ein neues arbeitsblatt schließe diese abfrage und wähle wiederum dieselbe vorgehensweise und zwar daten abrufen aus datenbank und wiederum aus sql server datenbank ich erhalte nun wiederum dasselbe eingabe fenster und gebe nun den entsprechenden server an und klappe nun die erweiterte optionen aus und kann darin nun das entsprechende sql statement angeben dieses kopiere ich nun aus der abfrage und kann diese hier nun einfügen des weiteren benötigte es auch noch die datenbank diese gebe ich nun in dieses fenster dieses eingabe fenster hinein ich bestätige mit ok und erhalte wiederum eine voransicht der entsprechenden daten ich wähle laden und erhalte analog die daten in microsoft excel wer viel mit sql und wenig mit excel arbeitet hat mit dieser vorgestellten varianten die möglichkeit datenauswertungen in excel mit überschaubaren aufwand durchzuführen wenn du bisher wenig berührungspunkte mit sql hattest dann kann ich dir wirklich empfehlen diese möglichkeit zu vertiefen damit bist du besonders flexibel du kannst summen berechnen gruppieren doppelte einträge auslassen und noch sehr viel mehr ein blick auf diese möglichkeit lohnt sich wirklich wie ihr seht könnt ihr mit diesen beiden varianten datensätze beziehungsweise tabellen nach microsoft excel laden und falls ihr fragen dazu habt hinterlassen wir einfach ein kommentar ich werde euch antworten und freue mich wenn ihr auch im nächsten video mit dabei seid bis dahin alles gute und viel erfolg